Heute zeige ich mal in Premiere, wie man einen Effekt auf mehrere Clips kopieren kann und wieder entfernen kann. Ich habe hier einen Clip, in dem ich den Effekt Lumetri Farbe habe. Und jetzt sehen wir hier bei den drei Clips, dort habe ich den Effekt nicht. Und wenn ich jetzt den Effekt kopieren will, von diesem Video auf diese drei Videos, dann klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Clip und gehe auf Kopieren. Ich kann auch einfach strg plus c klicken und jetzt markiere ich mir meine drei Clips, klicke mit der rechten Maustaste und gehe dann auf Attribute einfügen. Jetzt sehen wir hier dieses Fenster, jetzt können wir zum Beispiel die Bewegungsattribute kopieren, wie Skalierung, Drehung, Bewegung, das lasse ich jetzt weg, genauso die Deckkraft und auch Zeitverzerrung, also zum Beispiel Geschwindigkeit 200%, lasse ich auch weg. Und jetzt bei Effekte wähle ich jetzt nicht die Verkrümmungsstabilisierung, sondern nur die Lumetri Farbe. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann sehen wir, haben wir den Effekt auf alle drei Videos kopiert. Falls ich den Effekt wieder löschen will von allen drei Videos, markiere ich alle drei Videos, rechte Maustaste und Attribute entfernen. Und jetzt kommt dasselbe Fenster wie vorher. Jetzt will ich auch keine Bewegung entfernen, keine Deckkraft, keine Zeitverzerrung, sondern nur den Effekt Lumetri Farbe. Den wähle ich aus und klicke auf OK. Jetzt sehen wir, haben wir den Effekt entfernt. Und geschickt ist auch, wir können auch die Skalierung kopieren. Sprich, wenn ich jetzt hier die Skalierung ändere und auch die Position, dann kann ich diesen Wert kopieren, indem ich wieder meinen Clip markiere, strgc, um den Effekt zu kopieren. Dann markiere ich alle meine drei Clips, rechte Maustaste, Attribute einfügen und jetzt klicke ich auf Bewegung, Effekte, schalte ich aus, nur Bewegung und klicke jetzt auf OK. Und jetzt sehen wir, haben wir alle drei Clips auf derselben Position. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss.